Hallo liebe Azubis, mein Name ist David Feiss, ich bin Ausbildungsberater bei der Industrie- und Handelskammerregion Stuttgart und beantworte heute eure Fragen zum schriftlichen Ausbildungsnachweis, auch bekannt als Berichtsheft. Im Prinzip alle Auszubildenden, lediglich für Umschüler, besteht keine Pflicht, es sei denn der Umschulungsbetrieb verlangt es und es ist vertraglich vereinbart. Das Führen des Berichtshefts ist gesetzlich vorgeschrieben und gehört zu deinen vertraglichen Pflichten. Außerdem ist ein ordnungsgemäß geführtes Berichtsheft Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung, das heißt ohne Berichtsheft gibt es auch keine Abschlussprüfung. Dein Ausbildungsbetrieb muss dir die Gelegenheit geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit im Betrieb zu schreiben. Wenn es dir lieber ist, kannst du es natürlich auch in deiner Freizeit zu Hause führen. Der zeitliche Aufwand ist nicht besonders groß. In der Regel reichen 5 bis 10 Minuten, wenn du einen täglichen Ausbildungsnachweis führst. 20 bis 30 Minuten sind ausreichend, wenn du ein wöchentliches Berichtsheft führst.